Willkommen zu einem weiteren Infovideo Und zwar, es geht heute nochmal um diesen Server Denn da habe ich nämlich letzte Woche Beziehungsweise, ne das war gestern, oder? Nein, eigentlich hast du ihn bei deinem Video Wie man eine Always Day Machine baut Hast du den ganz kurz erwähnt Ja, ist ja egal, auf jeden Fall wollte ich nur mal kurz sagen Die IP kommt, war voraussichtlich Am, nächste Woche Nächste Woche, ja, ja, nicht am, nächste Woche Nächste Woche Ähm, äh, ja, genau Weil der dann voraussichtlich fertig ist Warum habe ich den Kompass in mir im Winter Es wird ein Arcade Games Server Ja, jetzt muss ich noch etwas einhalten Mehr möchte ich noch nicht verraten Aber mit dem Start des Arcade Games Servers Wird ein kleines Event gestartet Und zwar die ersten fünf Oder, na, übertreiben wir mal nicht Die ersten drei, die reinkommen Kriegen VIP gratis Maybe Maybe Maybe, ja Also, sobald es dann alles hier perfekt läuft Ja, 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 wir müssen halt gucken, wie das alles funzt Dann, aber wir versuchen es hier Gut Nächste Information Ist nochmal Zu dem Gewinnspiel Das haben wir aber gestern rausgehauen Ja, richtig Ähm Da Legen wir jetzt die Zeit fest Und zwar Bis zum 20.06. Ganz genau Am 20.06. ist das Game vorbei Äh, ist das Äh Gewinnspiel vorbei Und dann Das sind genau zwei Wochen gesamt Können noch ein paar Leute mitmachen Und Nur mal hier eine kleine Info Wenn ihr nicht gewinnt Ist es kein Ding Weil Wir Machen noch ein paar mehr Gewinnspiele Auf jeden Fall Fragt euch jetzt nicht Warum wir so viele Gewinnspiele machen Den machen sie einfach Freut euch einfach drüber Wenn ihr gewonnen habt Nein Nicht wirklich Eigentlich ist es einfach so Ja, ja, komm Komm Ja, komm Mach es Ja, Leute Also, das war es eigentlich auch schon Nein Nein Ich muss noch was sagen Ähm Ich würde ganz gerne nochmal sagen Wie gesagt Die Games Black Ops 2 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 Battlefield 3 Und Battlefield 4 Sind zu gewinnen Also Fleißig Fleißig Äh Äh Kommentare schreiben Liken Was weiß ich Ihr könnt natürlich auch gerne Das Video Ähm Verbreiten an eure Freunde Familie Opa Oma Mutter Daddy Tochter Äh Bruder Schwester Was weiß ich Und ja Dann würde ich sagen Ich habe noch eine ganz kurze Einwende Sorry Ich habe mir gerade etwas lustiges überlegt Ähm Der fünfte Like Bekommt eine 5er PSZ Von dem Video Mach ich jetzt immer Gut Ja Das ist deine Dein Bedürfnis Das ist von mir Ja Da hat er nichts mit Dann werde ich auch sagen Wenn ich Äh 50 Views kriege Hau ich eine 10er raus Ha Du Messgewirr War es nicht eben so eine 50er Ha Ne Eine 10er hau ich raus Eine 10er hau ich raus Ganz einfach 50 Views 10er PSZ Fertig Also zu gewinnen Im Moment sind Die Games Dann noch eine 5er PSZ Und eine 10er PSZ Also Leute Besser kann es ja nicht werden Das ist ja Hammer Aber da hast du noch was vergessen Ja Wir haben nämlich was vergessen Was wir jetzt beim letzten Wie du auch gesagt haben Es geht nämlich auch noch zu den ganzen Games Die 20er PSZ Und ich weiß Das kommt echt komisch Dass so junge Leute so viel verlosen Und wir kriegen es gesponsert Teilweise muss man jetzt einfach sagen Die Spiele sind zwar wie neu behandelt Aber Ein, zwei Spiele gehören uns auch einfach schon Das kommt jetzt vielleicht blöd Aber Ich meine Woher sollen wir bitte 300 Euro Oder so für das Spiel auf einmal hernehmen Ja Mein Sponsor kenne ja Der NightSniper HD Ja Der wirkt halt mit Also nicht immer Halten mit Der hat schon 2 Euro gespendet Ja Immerhin Hör mal Ja Ich würde sagen Das war es jetzt vom Video Damit das hier auch nicht so lange wird Ja Ja Nein 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 Ja Dann würde ich sagen Leute Haut rein Viel Spaß beim Gewinnen Bzw. viel Glück beim Gewinnen Und ja Ciao Ciao